Jetzt haben wir den Bergfest. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's ja gelesen. Ich hab's ja gelesen. Ich hab's ja gelesen. Das ist ja nix Neues. Eigentlich fährt er so. Eigentlich auch nicht. Und nix hat man da blühen. Rezi! Möchtest du mir du ein Blitzchen noch mal eine halbe bringen? Rezi! Wo ist denn die? Beim Einkaufen. Und das dauert auch noch. Ihr an deiner Stelle können wir schnell selber eine holen. Ja! Super! Weißt du was? Wir haben jetzt so eine künstliche Intelligenz. Weißt du schon so einen Roboter? Der, der dir das Bier bringt und am besten noch, bevor du überhaupt selber gespannt bist, dass du wieder einen Tusch kriegst. Ah! Das hat dir wieder gefallen. Das darfst du glauben. Geh doch auf mit dieser künstlichen Intelligenz. Also ich zweifle da noch ganz arg dran. Warum? Wir haben so einen Staubsaugerroboter daheim. Wir haben einen Bauern. Und der ist so geil. Weißt du schon? Der saugt die ganze Bude in der Zeit, wo ich da bei Wirt hage. Aber das ist genau das, was ich meine. Wenn ich beim Wirt, bei meinem Bier hoch und die künstliche Intelligenz die Bude saugt. Wo ist denn da die Intelligenz? Das ist der wieder nicht. Das stimmt. Das Bayern-Community wird unterstützt durch die Regattelabraue. Das ist schön dran. Das stimmt.